hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge hierbei ja nicht bei den dings dann bei kettel und kopf ja wir machen weiter mein tutorial also ja wir machen jetzt in den führerschein 1 fertig und wie man maschinen bis 5 und bedienung bis 6 also wir müssen jetzt noch ein bisschen tun beginnen bleibt mal mit mit den neuen neuesten teuer viel gibt system 2 beginnen wir gleich ja schon mal vorweg ein schönen dank fürs reinschauen und fleißelike ich habe mich sehr gefreut über den ersten teil da war ja richtiger rekord an klickzahl und entsprechende anschauungslänge und dickes dankeschön dafür ja ich hoffe das bleibt so für interesse würde mich sehr freuen so wir haben hier schönes beginne das tutorial in diesem tutorial wirst du die fortgeschrittene einstellung wie du das feld system bietest zu bietest lernen du wirst verschiedene einstellungen konfigurieren um sie eine geräte die du benutzt anzupassen sowie zwei beispiel abarbeiten wir beginn mal die maus aktivieren kurz mal mit streichen drücken links ne so mal gucken wir die außen an sich also das ist ja unsere arbeit hier so einflügen und jetzt spritzen so klappe den dammann das denke land große aus mit x sehr voll harnstoff lösung also hier ist ein anderes dinger system hier ist ja ein bisschen umfangreicher da noch mal gucken bodenprobe und so das kann man nicht also machen so außer klappt öfter das menü mit b gut die arbeitsbreite passt nicht zum gerät okay dann machen wir bloß mal gucken hier muss ja ungefähr sehen soll mal p und dann gehen wir auf die arbeit das sollte 18 meter sein ach so körper auftrag eingeben die ist aber ein millimeter oder für umständlich 28 gut ja das kann man auch man kann es eintippen oder man geht auch plus und sehr hoch ist man halt besser eintippen in den meisten fällen werden die arbeitsbreiten durch ein zurücksetzen mit dazwischen zurücksetzen knopf auf die gerechte werte gesetzt das kann aber auch ein direkter wert in ein eingebefeld geschrieben mit 8 oder hier sind beide so das meist schon ziemlich hoch du kannst durch die gut das war ja das funkenbräer hier wieso das viel anpassen mindestens 120 das ist ja richtig nur schön sagen umfangreich ne so fahrer zuerst war ja ja das ist das feld hatte gerade gemacht haben keine pflegegreifung gut schalte die spritze an mit b guter kämpfe alle schon so dünge die erste bahn wir fahren mal selber dünge die erste bahn ja über p gehen und auf t die fahrer automatisch die erste bahn flüssig jünger so ok c bv ausschalten so gehen wir die perspektive für die ein bisschen besser ja das ist meist kaputt naja so ist realistisch also ein paar pflanzen im arsch der pflege reichen besser werden eingedrückt steigern betag ein ja auch jetzt öfters fgps menü aus die fsg fgs ist nicht ganz mit der feldkante abgestimmt anstatt die position das fahrzeug erneut anpassen kann zur fahrzeuge angezeigten tasten ersetzen gut setzte den bahn fahrzeug so dass die linie an der feldkante ausgerichtet sind so etwa wie du sehen kannst ist der flug gleich von fahrzeug versetzt du musst in solchen fällen die fsg anpassen gut ist er hat nichts machen wir die außen an bahn aus ansicht sonst gehen wir auf p setzte den gerät auf 50 cm arbeitsbreite hier war es gewesen die ausrichtungsseiten und flügen müssen jede bahn umgedreht werden von links nach rechts und ja genau wie es war es keine ahnung das bedeutet dass der versatz genauso gewechselt werden muss ich halte den automatisch wechsel für den geräte versatz an das wird der versatz dann automatisch wechseln wenn du die bahn wechselt und damit die richtung änderst ok die breite also mehr wie 50 sagen wir so ne ich glaube jetzt haben wir da gewesen oder 91 jetzt haben wir automatisch eingestellt und fahrer zur ersten bahn hat aber auch nicht mehr senke den flug so flüge die erste bahn t wir haben neun grad zeldos der wahnsinn ja hier kann man ein paar werte sehen ein paar anzeigen und so flüge die erste bahn ja wir haben neun grad zeldos 10 9 kaffeezeit ja außer frühstück unser bäcker bäcker waren nicht da ja immer die erste bahn ne flüge die erste bahn flüge die erste bahn machen wir die erste bahn völlig ne da kein gewicht doch gewicht ist vorn dran so eben im flug und wir lenken die müssen ja mit den wänden ne ungewohnt das ist das gleiche wie die ps system so ähnlich jetzt habe ich grunde nie verwendet da ich hier kurs play habe du zurückfahren er wird bis zu spät so flug drehen mit er dann müssen wir ein bisschen die die bahn wechseln über zum groben so wie du sehen kannst mit ersatz auf der linken seite gewechselt der reine deine reifen werden unter flug spur letzten bahn fahren aha gut fahrrad zweiten bahn ja haben getan jetzt ist wieder v angesagt und unsere automatik also immer stimmt nicht wenn der flug ne wurde angezeigt ok t na ja wohl na ja nicht ganz perfekt ne aber gut die breite wahrscheinlich über was getan ich bin ein bisschen weit weg vom schuss wir wollen ja in der bahn eingehen die spur in die reifen spur da er zum brittig frau und t tempomat angeschaltet geht schon geht doch hier ist noch nicht perfekt eingestellt aber die arbeitspreise wird versaut denke ich mal aber jetzt jetzt das total ist beendet können wir mal glück für das gold ist gemeistert nähtstabel wirst du umgang mit cup controls dein fahrzeug leeren abschließen so dass auch schon gewesen sein wir haben ja die v länge geschafft in anführungszeichen leicht runter grad so die zweite folge morgen so weitermachen wir haben den führerschein fertig dann seid mal schüß und schönen dank fürs reinschauen ja morgen geht es hier weiter und dann mal schauen wir weiter kommen wir müssen ein bisschen was tun da mal einen punkt und auch drei tschüss und schönen dank fürs reinschauen dann 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 dann